UNTERTITELUNG In Wakanda ist es sehr wichtig, nicht aufzufallen, sondern im Verborgenen zu bleiben. Es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass mein Volk nicht in die Hände von einem Typen wie dir fällt. Die enorme Verantwortung, die er als Superheld und als König hat, finde ich mit am aufregendsten. Was jetzt passiert, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. Black Panther